Das ist natürlich kein normales Polizeifahrzeug. Das ist das neue Kampagnenfahrzeug von Tune It Safe. Das ist eine Initiative, die kümmert sich um sicheres und TÜV-konformes Tuning. Und dieses Jahr haben sie mit der Corvette C7 Stingray hier auf die S-Motorshow einen echten Kracher gestellt. Die Corvette C7 wurde auch noch von Tick Performance getunt. Das erkennt man hier an dem Bodykit. Das besteht aus Frontsplitter, Rathausverbreiterung und auch noch den Seitenschwellern. Alles aus Vollcarbon. Das ganze Kit ist 12-teilig und ungefähr für 10.000 Euro zu haben. Ab sofort für alle normalen C7 Corvettes. Einzige Neuerung hier in der Polizeicorvette ist die Bedieneinheit für das Blaulicht und auch das Martinshorn. Achtung! Ansonsten alles wie gehabt. Competition-Sätze mit Carbon. Und ja, ich würde sagen, das ist doch mal sauberes Tuning und auch noch TÜV-konform. So macht das auf jeden Fall richtig Spaß. Wir machen erstmal alles.